Willkommen bei Dr. KPI. Heute klären wir die Frage, was ist Influencer-Marketing? Willkommen zu unserem Erklärungsvideo Influencer-Marketing. Ich bin Urs E. Gattica, einer der Mitgründer von Dr. KPI. Lassen Sie mich kurz ausholen. Influencer-Marketing, das ist, wenn die Meinungsbildner andere Menschen beeinflussen, was sie zum Beispiel über ein Produkt denken oder wie sie zu einer Marke stehen. Und dabei gibt es vielleicht drei wichtige Arten von Influencer- oder Meinungsbildnern. Die erste ist der Markenbotschafter oder der Markenfürsprecher. Das könnte zum Beispiel der Jürgen Klopp sein, der sehr humorvoll, manchmal auch ironisch, versucht mich zu überzeugen, ein Opel zu kaufen. Der Autofirma Opel, ne? Und das zweite ist vielleicht ein Freizeitsportler, der sich auf einen Ironman in Hawaii vorbereitet und der mir erzählt, in seinem Blog oder auch auf Instagram, wie die Sportbekleidung, die er nutzt, ihm hilft, das kalte oder nasse Wetter beim Training besser zu überstehen. Und das dritte wäre dann ein führender Nutzer, ein Lead-User, wie zum Beispiel die Lufthansa Technics, die beschreibt, was sie mit dem Produkt macht. Das hat natürlich Einfluss auf andere Fluggesellschaften. Es ist ersichtlich, aus diesem Beschrieb, dass der Einfluss eines Meinungsbildnern natürlich stark davon abhängt, wie gut seine Reproduktion ist und wie hoch das Vertrauen der Meinungsbildner genießt mit meiner Zielgruppe. Wie nutze ich Influencer-Marketing? Von welchem Produkt sprechen wir hier? Das ist natürlich wichtig, denn ein Konsumprodukt verkaufen wir nicht auf die gleiche Weise wie ein Investitionsprodukt. Lassen Sie mich anhand eines Beispiels beschreiben. Ich habe mir hier erlaubt, Ihnen zu zeigen die CR7. Das ist der Unterwäsche-Brand von Cristiano Ronaldo. Den versucht er weltweit an junge Fußballer und jung gebliebene Fußballer zu verkaufen und macht dafür Werbung auf allen sozialen Medienkanälen, wie auch in Blogs und so weiter. Etwas anderes ist natürlich ein Autobus. Hier versuchen wir nicht Fußballer zu erreichen, sondern Ingenieure, auch vielleicht weltweit. Und natürlich ist hier Instagram nicht unbedingt ideal, sondern wir versuchen vielleicht eher einen technischen Blog-Eintrag zu machen, einen Vortrag an einer Messe oder etwas zu schreiben und das in einer Fachzeitschrift zu publizieren. Wenn wir jetzt also Influencer-Marketing machen, stellt sich die Frage, ist das jetzt effektiv, ist es erfolgreich? Beim Cristiano Ronaldo war es nicht unbedingt erfolgreich in meinem Lieblingssportgeschäft in Zürich. Da hat mir der Besitzer erzählt, sie mussten den Preis so stark reduzieren, auf 25% des Originalpreises, dass sie bei jeder Unterhose, die sie dann noch verkauft haben, eigentlich draufgelegt haben. Das kann natürlich, oder hoffe ich, bei einem Autobus ein bisschen besser sein. Auch wenn ich höre, dass man zum Beispiel für ein Instagram-Foto eines Hundebesitzers, das ein Hundebiscuit einer bestimmten Marke ist, fast 3000 Dollar bezahlt in den USA, muss ich das ein wenig mit Vorsicht genießen. Das kann sein, dass es in Deutschland oder in Österreich überhaupt nicht funktioniert. Wie messen wir den Erfolg? Wenn ich jetzt also weiß, dass es funktioniert, wie messe ich jetzt, ob das erfolgreich gewesen ist oder nicht? Das erste ist einmal, ich muss vor der Kampagne messen, während der Kampagne und am Schluss der Kampagne. Und die Linie sollte dann von links unten nach rechts oben sein. Ich muss mir dazu natürlich die richtigen Messindikatoren entwickeln. Das können zum Beispiel bei einem Hundebiscuit sein, Dog Treat oder Hundebiscuit. Dann kann ich schauen, wie oft wurde das erwähnt auf Blogs oder auf Instagram. Haben das die Leute überhaupt genutzt oder war das ein Flow? Im zweiten Gang kann ich auch gucken, wie ist die Resonanz? Haben die Leute zum Beispiel beim Freizeitsportler Kommentare geschrieben, wo er über meine Sportbekleidung geschrieben hat und Fotos publiziert hat? Haben sie diskutiert? Hat er geantwortet? Ist da was passiert? Ist dadurch meine Marke in einem besseren Licht erschienen? Wurde sie bekannter? Das zeigt aber auch, dass die Dinge manchmal schieflaufen können, wie beim Cristiano Ronaldo. Neben seiner Hose war trotzdem, dass man es viel auf Social Medien geteilt hat. Hat sie sich zum Beispiel in meinem Lieblingssportgeschäft in Zürich für Fußballer sehr schlecht verkauft. Das hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass Leute wie ich nicht so gut aussehen in der Unterhose wie der Cristiano Ronaldo in der Werbung oder was anderem. Vielleicht hat es ja in Spanien sehr gut verkauft. Das bringt mich zum Schluss meines Influencer-Videos. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bitte teilen Sie es mit Ihren Kollegen und Kolleginnen und auf ein nächstes Mal. Vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben. Besuchen Sie uns auf blog.drkpi.de Möchten Sie unseren letzten Videobeitrag anschauen? Einfach hier klicken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020